Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute gibt es zur Abwechslung mal kein großes Gelaber von mir. Ich habe in meinem letzten Video über ND-Filter schon genug geredet. Heute geht es um das Filmen von B-Roll und zwar ausschließlich schöne cinematische Aufnahmen. Das Besondere, ich habe meinen Bildstabilisator daheim gelassen, meinen Gimbal und zwar mit Absicht. Ich habe heute nur das Stativ dabei und versuche so ruhig wie möglich aus der Hand zu filmen oder eben vom Stativ und zwar am Illerstausee. Da sind wir heute. Wir machen einen kleinen Rundweg, mal sehen was wir hier für tolle Motive vor die Linse bekommen. Los geht's nach dem Intro. Das ist ein jerk, mal sehen, was man, wenn man den Heath媽 Das war's für heute. 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 Das war's für heute mal ganz ohne Bildstabilisator oder Gimbal unterwegs an der Iller am Illerstausee. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wie immer abonnieren, wie immer abonnieren, bis dahin habe die Ehre. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.